Absolut. Das hier ist keine Sanduhr oder sowas, sondern das ist eine Steadicam, die ich mit einer Hand halte. Und das Bild wird übertragen auf den Bildschirm, den Dennis da gerade hält. Und da hinten, wenn man mal sieht, was die alles kann, werde ich jetzt mal ein bisschen lossprühen. Sieht nach einem echt guten Bild aus.